Einen anderen Humor als die Deutschen? Die Inder kann man so nicht sagen. Also das Publikum, was du in Indien hast? Also die Leute, die ich aus Indien, die Inder, die zu mir kommen, das sind Großstadt-Inder, ganz moderne Inder, die auch das Geld haben, sich Goa leisten zu können, das ist der neue Mittelstand, die sind sehr modern und sehr viel im Internet und kennen sich aus und sprechen sehr gut Englisch und sind, haben einen unheimlichen Humor und eine große Bewusstheit, das sind ganz bezaubernd. Wisst ihr das für dich, das Zwitschen zwischen den zwei verschiedenen Systemen und her? Ich bin das sehr gewohnt für mich, ich fühle mich eigentlich dort, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen mehr daheim, weil da bin ich nicht so der einzelne bunte Hund, der rumläuft, sondern da sind wir alle bunte Hunde. Und deswegen, das war für mich schon wunderbar, da anzukommen und zu sagen, ach, endlich der Platz, wo meinesgleichen rumläuft. Du bist schon für Deutschland ein bisschen speziell, also so Paradiesvogel, du bist immer besonders auffällig gekleidet, also heute zum Beispiel bei uns im Studium im Leoparden. Von Streifelhörnchen bis Tüpfelhörnchen, die dürfen alle mitspielen. Von den Schuhen bis über die Hose, über das Oberteil, bis zum Kopfklass.